So und willkommen zurück zum Minecraft. Wir bauen weiter Ganon. Hinter dem Triforce. So, jetzt sehe ich auch endlich mal wieder was. Auch wenn es sehr schlecht ist, weil ich doof war und hinter dem Grund auch lila schwarz gemacht habe. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr lila machen. Ich probiere es einmal. Noch ein bisschen mehr lila ran und dann passt es ja vielleicht. Das lag echt eben nur daran, dass ich... Vielleicht sollte ich mal Musik anmachen. Das ist ja eigentlich mal eine Idee, ne? Mann. Momentchen. Ja, ich habe gerade ein bisschen... So. So. Seid ihr jetzt zufrieden? Es ist nicht schlimm, wenn man ein bisschen uneben ist. Das ist schließlich Ganon. Der darf das. So. Runter hier. Weg mit dem Scheiß. Weg mit dem Weiß. Weg mit dem Schiff. Jetzt denkt ihr, ey, was ist das denn? Das wird mal Ganon werden. Nur da fehlt ein schwarzer Stein. Oh, perfekt ey. Nee, so geht das nicht. Das muss schon so sein. Ach, scheiße. So. Jetzt muss ich eine Etage runter. Super. Ne. So. Wenn Gott, wie ich mal gar nicht den Durchblick habe. Egal, das wird schon irgendwie. Und das kann ich da noch gar nicht machen, ey. Ich bin auch so eine Plaume. Ich bin so eine Plaume. Oh, gosh. Konzentriere dich, setz dich vernünftig hin. Mach mir tief durch. Und dann geht das. Die müssen weg. So, jetzt haben wir ein ebendes Dings. So. Sieht schon mal nach Garnon aus. Auf jeden Fall habe ich die Augen, denke ich, mal gut getroffen. Das Rot sieht schon sehr gefährlich aus. Garnonhaft eben. Also jetzt habe ich langsam ein Bild. Das hat nur gefehlt. Nur das Rote. Ich bin halt ein bisschen aggressiv. Voll ich die Scheiße hier. Weiß ich nicht. Ich bin aggro. Aber nur Moment. So. Da. Oh, toll. Gut. Ja gut. Gut. Jetzt sehe ich gerade, dass die alle falsch sind. Ich muss nämlich den Roten darsetzen. So, dann kommt weg. Da muss der Rote hin. Und da. Dann kann hier ein Schwarzer hin. Nadal. So, es hat immerhin schon ein bisschen was an Form. Und ich hoffe, der Party wird auch nicht so lang. Hm. Wie macht man denn das jetzt? Na, das ist ja nicht so schön. Wie mache ich denn drei Zähne? Das geht doch gar nicht. So sieht das gar nicht so gefährlich aus. Ähm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal den Unterkiefer fertig. Dauert das ja noch wirklich Ewigkeiten, bis da irgendwelche Gestalt reinkommt. So, also ohne Plan baue ich garantiert nicht mehr. Ich mache jetzt immer nur noch Zeichnungen. Bei Tails hatte ich eine Zeichnung, wie ich ihn baue. Okay. So. So, also ohne Plan. So. 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 Hm? Oh, komm, komm, komm. Hm? Oh, gosh! Ich einfach mal keinen Bock mehr hab. Ah, so kann ich ihn machen, genau. Unten ein Zahn oder zwei. Und oben auch welche. Warte, ihr seht gleich, was ich mein. So, die kommen erstmal... nein, der kommt weg. Der kommt dann nämlich hier hin. Zack. Und hier am Unterkiefer. Und hier zwei. Bin ich ja nicht hier gelandet? Oh, Gott. Komm schon. Dann bevor ich jetzt hier noch ewig rumdümpel, im nächsten Part machen wir Ganon fertig. Ich danke fürs Zusehen und sage Ciao. Euer Dab. So, willkommen zurück. Wir machen immer noch Ganon fertig. Ich versuche... Oh, Mann. Keine Chance. Ich muss es erst mal kaputt machen. Jetzt den Sand entfernen. Und dann wieder setzen. Anders geht's einfach nicht. So, indem ich jetzt hier unten schwarze Steine hinsetze, kriegt das Ganze wieder ein bisschen Form. Wenigstens so ein bisschen. Ja, gut. Wenn ich da jetzt rot reinsetze, dann sieht das noch gefährlicher aus. Gut. Gut, ich habe den perfekten Ganon. Er sieht zwar dann nicht ganz so bedrohlich aus, aber es ist ungefähr der Ganon, den wir uns alle so vorstehen, wie er mäßig aussieht. So. Ja, ungefähr kommt das, denke ich mal hin. Okay, die Kerzen sind da jetzt ein bisschen scheiße gesetzt. Außerdem muss ich noch die Hände machen von ihm. Und das dauert auch noch einen Tick, deshalb... Aber immerhin habe ich ihn jetzt in diesem Part, denke ich mal, beendet. So, dann kommen hier noch lilae Portale. Purple Wool. Gut, so wollte ich hier jetzt nicht setzen, aber was soll's. Es ist halt so. So, noch schwarze Wolle und dann machen wir noch vorne irgendeinen weißen Fingernagel ran, oder was? Ach, scheiße. So. 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 Mano! Geh kaputt, Junge. Da sind's auch vier, gut. Und Whitey dann, dann da rauf. Na, ich will mal kurz das kaputt machen und dann gucken, wie das aussieht. So im Großen und Ganzen. Okay, ist zwar nicht ganz Ganon, ich geb's zu. Aber ich denk mal, man erkennt ungefähr, was es darstellen soll. Und das ist doch die Hauptsache. Ganon aus der dunklen Schattenwelt. Verbanter Spastika. Na, er will halt das Triforce, deswegen hat er auch ausgestreckte Arme. Ja, ist doch nice geworden. So, zack. Gut, es wird wieder dunkel. Und wir können dann eben noch das Ding eintragen. Triforce plus Ganon. Ich will ja auch eben Fackeln drum setzen. Das hat dann ein bisschen mehr Holy-Kite. Klick, 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 klick. Geht kaputt, Junge. So. Ja. Ich denk mal überall ist ne Fackel. So. Ich hab eine gute Idee. Fällt mir jetzt grad so spontan ein. Ähm, das waren diese Fackeln, die ich am Anfang so gerne mochte. Aber wo ich gar nicht wusste, dass die so scheiße sind, die hier. Die kann ich mal in den Mund und in die Augen setzen. Und dann leuchten die auch in der Nacht so bedrohlich. Das ist doch mal ne Idee, wa? Nein. Hoho, das ist doch cool. Ja, das hat wirklich was. Das ist, das ist nice. So. Jetzt ist aber perfekt. Und weg mit dem Sand. Und ab Eintragen gehen. Ganon plus Triforce. Upsi. So. Half-Buffell. Du 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 du. Du 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 du. Eventuell mach ich da noch ne Kuppel drum. Mal schauen, wie ich das mach. So. Mein Hafen hat sich auch nicht verändert, den kennt ihr ja. Da ist nochmal Leuchtturm. Tür ist auf. Egal. Aha, ich hab was geändert. Ich hab mich ganz vergessen zu zeigen. Hier ist ein kleiner Schachtisch. Ich lösche mal alles, um die nächste Projekte wieder in freien Kopf zu bekommen. Für die nächsten Projekte. Sechstens. Triforce. Triforce. Ganon. Ja. Dann haben wir jetzt schon sechs Projekte hinter uns. Da habt ihr sie. Im Bild. Das ist ok. Das ist Hafen Leuchtturm. Das ist Triforce plus Ganon. Dann haben wir jetzt schon sechs Projekte hinter uns. Aber das Triforce war ja nicht wirklich so spektakulär. So. Ich will nochmal hingehen und gucken, wie das allgemein aussieht. Na. 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 Dann werden die nächsten Parts auch die Musik denke ich mal anders werden. Weil dann ist es ja ein neues Thema und so, ne. Und mir fehlen wieder zwei Schilder. Na. Na. Und mit dem ist nichts zu scherzen. Ok. Dann machen wir jetzt. Hier erstmal ein Cut. Ich danke fürs Zusehen. Und wir bauen im nächsten Part. Weiß er noch nicht. Lasst euch überraschen. Euer Dab. Bes reflektiv. Busiek bis zum YouTube. Ciao. Talal talfana.